Halb zwei, fünften und halb zwei ist es. Ja, warten. So, es sind die Waffen ausgestellt, die Verzögerung stimmt soweit. BTF? Hast du den rausgekickt? Ne, ich habe keinen gekickt. Achso, dann ist er freiwillig gegangen. Okay. So, ich checke nochmal Map, ist das störbar? Genau das Terrain aus. Wo stellt man das überhaupt ein? Okay. Drag to adjust complexity, range whole map generation. Äh. Letzte Änderung bla 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 bla. Range to maximum number of objects. Das ist schon wieder 7 zu 1 Deutschland. Ist das hier hingestellt oder was? Voll der King. Er heißt selber Super Saiyajin, weiß und nennt sein Team Dragon Ball Z. Ach das. Das ist ein Cheat. Das mit einem Gelände unzerstörbar. Ah ja, da kommt's raus. Lob Wormschieten. Genauso wie bei mir auf einmal ein Flammenwerfer war, ne? Ich habe das bei Worms nicht gecheckt. Wenn X drauf ist, ist es deaktiviert oder aktiviert. Es ist nämlich überall anders. Krass. Da fällt mir was drunter. Ja, müsste man halt ausprobieren. Ja, wenn's wieder nicht geht, dann Pech. Geht's schon los? Ne. Wer ist da jetzt doppelt drin? Da ist keiner doppelt drin. Ja, ich glaube ich habe alles. Go. Okay. Oh ja. Oh ja, schlägt mal. So nach unten drücken. Das ist der Cheat. Und wie macht man ihn wieder? Keine Ahnung. Ja, Alter. Triple Kill in der Mitte. Was soll das denn? Ja, dann bau was Intelligentes. Ich bin noch nicht dran. Willi diesmal zerstört. Welche Farbe bin ich? Blau. Was soll ich nur tun? WTF, ey. Du kannst ja fast gar nicht setzen. Ja, natürlich. Und da kannst du halt nur nix im Boden reinbauen. Was soll ich nur tun? WTF, ey. Du kannst ja fast gar nicht setzen. Ja, natürlich. Und da kannst du halt nur nix im Boden reinbauen. Qu�, ey. Tschuss, ey. Ist das nicht so gut. Wes, Take this, uh. Wer Wool killed in her? Ich habe nicht mehr gesehen. Entschuldigung, ich muss ja hier. Ich muss zu meinem Mongo, ne? Oh, der Scheiß. Oh. Gut gemacht, warum trägt er? Nö. Der Trick. Ja. Keine. Ich hab dir eigentlich ausgeteilt, was soll die Scheiß? Ich kann auch keinen Super Shabi, wettet ihr warum er Flammenwerfer benutzen kann? Der Mistex war ausgesteilt. Baut sich hier ein Haus, Alter. Ja, keine Ahnung. Sieht geil aus, unsere abstrakte Kunst. Ich hab mich wieder eingesperrt hier. Protected. Soll ich auch nicht. Genau andersgleich hab ich auch gedacht. Hm. Ich hoffe, das Land ist diesmal zerstören, ey. Oh, scheiße, ist ja den Mann drin. Weißt du, natürlich kriegt er den irgendwo. Ja, nach der, nach dem, wenn jetzt einmal noch mal alle durch sind, dann geht's los. Ach so, ich muss jetzt wieder... Äh. Du musst gar nicht, du kannst auch drüber springen. Ich weiß auch nicht. Nein! Ich weiß auch nicht. Dann kommt mir auch niemand drauf, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Hmhm. Auf Wohre! Lachschub ist eingetroffen! Hi! Warum? Ich kann, lol, ich hab keine Dinger. Keine, was für Dinger? Keine Träger mehr. Ich hab keine Träger mehr, richtig? Ja, ist ja auch Absicht, dass hier einer weg sind. Ja, dann geh wir mal. Wenn du das jetzt verkackst, ne? Geh mit genauer drauf. Lol. Das war halt schon total, ja. Und tschüss. Ich soll das vielleicht ausstellen, mit den Granaten, dass sie gebacht sind. Ja, das Problem ist, ich kann ja auch nicht, ich kann ja einfach nicht weitergehen, weil da ja die scheiß Granate liegt, ne? Stell dich auf seinen Kopf, vier Sekunden, geraden und hohen. Voller Power. Was, vier Sekunden? Vier Sekunden und volle Power nach oben schießen und weglaufen. Guck mal, so ein Schwein, weißt du, ich schieße ihn extra nicht an. Garde nach oben. Hier. Oh. Und tschüss. Ja, was sollte ich denn machen? Ich hätt' keinen anderen mehr Treff untergegangen. Ich hätt' keinen anderen mehr Treff untergegangen. Ja, es killt der Senf. Äh, nee, Nutella meine ich. Könntest du es sogar mit nach oben werfen, nein. Das ist der Back-Jump, was ich meinte. Loil. Wie mies, ey. Ja, toll, jetzt hab' ich nur noch einen einzigen. Du kannst Lobos killen. Du bist so ein Liebster, ne? Ja, du bist so ein Liebster, ne? Ja, mann, Alter. Ja, mann, Alter. Das war ziemlich hart. Da hat's aber überlebt. Ja, ich bin eh der nächste, der stirbt. Was haben wir denn, Freunde? Uh-ha. Uh-ha. Nein! Oh, lol. Oh, ich treffe mich. Oh, lol. Wie viel Pech kann man bitte haben? Keine Ahnung. Oh, jetzt kommt hier Lobos im Bad Char. Komme ich da hoch? Ja. Nicht? Schmeckt mir jetzt schon? Nee. Ich hab doch meine Rückkehrzeitung natürlich. Nee, so hoch schmeckt der nicht. Aber es reicht trotzdem, dass du da ganz leicht Granaten rausschmeißen kannst. Ja, genau. Ey, krass. Ey, krass. Loll. Wie mies, ey. Hast gesehen? 88, ne? Österreicher. Alles cool. Haha. Wie war das? Du bist der Letzte? Klicken. Ja. Fail. Oh. Wie OP die Granaten sind, wenn die gebufft sind, ey. Das ist komisch, ne? Normalerweise falle ich auch die nicht so rein. Wie krieg ich das denn? Kannst du auch gleich verkacken. Ja, deswegen. Scheiße, weil du das Gegenwind. Tu es. Tu es. Du es. Du es. Aber nein. Oh nein. Oh nein. Was? Er hat irgendwie geschaut. Nur mir nicht. So viel Pech kann man nicht haben. Jetzt bin ich totgegeben. Hehehe. Pfff. Du weißt, was mault, Alter. Aber du wirst so eh das sagen. Alles klar. Ciao, Björn. Ja. Aber ich höre jetzt ja auch gleich auf zu streamen. Also verpassen nicht. Ja. BW. Und Lopo ist der glückliche Gewinner. F*** euch mal mehr. Das finde ich auch nicht blödes Game. Ja, aber ohne OP-Granaten wäre besser. Ja, aber ich habe auch gesagt, das ist mein letztes Spiel gewesen. Und ja. Und klar. Alles klar. Ja, an der Stelle beende ich dann den Stream. Und tschüss. Ist ja auch spät genug.